ja es ist denn das die Bequete mehr das ist doch nicht nur ganz sein ein das ist ein und die nicht so nah dran Das fetzt dich. Na, klasse. Er kommt dir hinterher. Ich schieße mal mit einem Magnum. Vielleicht verkürzt das den Kampf ein bisschen. Unsere Shorts. Wie unsere Shorts. Verflügel? Totmachen? Boah, was ein Move! Entstattung. Ja, ich... Ich hab' nicht viel gesehen, aber... Warte, ich hab' nicht viel gesehen, aber... Ich hab' nicht viel gesehen, aber... Das war's? Das war ja easy. Ehrlich? Das war's? Ich dachte, das wär'n Bus. Ne, oder? Das ist doch noch nicht. Ich dachte, das wär'n nicht groß oder sowas. Okay, gut. Ich hab' auch sehr viele von der mega tollen Munition in ihn reingepallert. Also, es kann schon wirklich sein, dass das vielleicht war. Dass das vielleicht der ausschlaggebende Punkt war. Ich hab' wirklich einen Haufen von der wirklich, wirklich, wirklich tollen Waffe eingeschossen. Also... Für den Fall der Fälle, dass wir das noch brauchen. Okay. I'm very sorry. Ich werd's doch nicht mehr haben. Es könnte möglich sein, dass ich ein wenig in Panik geraten bin. Aber... Ich hab' ja... So was passiert. Ich kann ja zudelt immer noch mit der Forst zuschlagen. Ich hab' mein Stöckchen. Mach dir keinen Kopf. Ich hab' mein Stöckchen in der Not. Also... Bestimmt reichen. So. Wo hat die Tür geöffnet? Hier. Nein. Nicht hier. Doch hier. Nein. Hä? Warte. Hier. Ah, da. Hallo. Hier. Hallo. 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 Ah, Leon! Leon! Ah, ja, jetzt kommt doch. Leon! Oh, das kann ich schon lange nicht mehr machen. Hi. 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 Sherry! Sherry! Na los! Was denn? Schneller! Was schneller? Sherry! Oh, der Witter war Bills. Sherry! Bitte warten Sie. Es wird einem Gegner gesucht. Ach, ja. Was steht hier denn? Rassklar? Panje? Hm, hab' ich sofort wieder abgebrochen. Bin mir ziemlich sicher, dass es hier um einen Gegner geht. Und das kenn' ich, glaub' ich, hier, diesen Abschnitt. Ist das nicht die Stelle? Leon's Po! Ja! Ist das... ...sein Hintern? Ist das der Hintern, den ich schon die ganze Zeit gesucht habe? Ich gebe Personenschutz! Ja! Sie sind ja jetzt Agentin. Warum sind Sie hier? Ich verfolge den Mann hinter all denen. Den obersten Sicherheitsberater Simmons. Was? Sie müssen sich irren. Ich arbeite für Simmons. Er ist Ihr Vorgesetzter? Wir wollen uns jetzt mit ihm treffen. Oh mein Gott, das heißt, ich kann mit Leon unterwegs sein jetzt. Keine Sorge, Babe. Den Hintern kenne ich schon länger. Ich habe ihn sogar mal berührt, als er geschaffen hat. Und da entdeckt sie, dass es auch einen neuen Hintern in ihrem Leben töten könnte. Na wie habe ich den vermisst, ey? Ihr Freund. Wie eine Ex-Freundin, die einfach nicht weiß, wann Schluss ist. Kommt mir bekannt vor. Man gewöhnt sich dran. Ach ja, Leon. Diesmal muss ich Jake spielen. Mal gucken, was Jake hier so kann. Bitteschön. Ähm, ne, 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 ne. Ich guck mich mal eben um. Ich hab dir gerade welche runtergeschlüsselt. Fässer. Ich hätte mich echt verlieren lassen können. Wollte ich ja nicht. Du warst ja wohl da unten. Aber nicht, äh, die Hau mal ab. Aber nicht, äh, die Hau mal lieb. Wow, 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 wow. Ne, 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 hau mal ab. Oh, wow. Oh, wow, wow, wow. Oh, wow, wow, wow. das die Lernkauer an den Lernkaufmann er hat mich wieder gekascht hier das ist los im Grunde ich verbrügel den grad voll ey der hatte ich in seinen Rucksack gesteckt das ist voll süß das ist ja ich hab mich schon gefragt wo ich komme das ist unsere Schaff los oh mein Gott der zu komischen Eisenkäfig auf seinem Rücken etwas zu trennen das der das hat das weiß ich ja ich habe gedacht dass er was zu tun k ich bin klar so ich bin zu schön ja das haben mich in seinen komischen Käfig auf seinen Rücken gesteckt hat hallo du weißt doch damals ja und nun was noch in der Konzertie wir beide ne 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 Mein Held, mein Darling, mein Ein-und-Alles. Viel Spaß, ihr müsst jetzt den Bus fahren. Leon macht das schon. Ich war zu jung, um zu verstehen, was passiert ist. Aber wir können es gern wiederholen. Ich hör das perverser fassen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Leon und ich haben so viel Spaß. Also ich habe auch explosiven Spaß, Ilan. Bitteschön. Autsch. Da kann ich auch mit seinem Käfig schlagen, übrigens. Finde ich extrem schön. Ah, sie hilft mir. Helena, meine Heldin. Ah, Leon, du bist so stark. Ich gehe ans Steuer? Kein Problem, mein Schatz. Du wirst es bereuen. Du wirst es doch zum bereuen, dass du mich ans Steuer schickst. Vor allem mit diesen Abschatzschuhen. Das kann schon witzig werden. Okay, Bewegung. Seid ihr dann soweit irgendwann mal? Könnte dann auch. Ach, Mensch. Sehr schön. Hab doch fein gemacht. Wieso stirbt er denn nicht? Ich will ihn schlagen und ich fliege durch die Gegend. Helena, hilf dir doch. Mein ich in der Vergangenheit hilft dir. Mein ich in der Present genauso. Alles gut. Du musst das Spiel viel mehr genießen. Ich habe meine Zeit mit Leon allein genossen. Warum du nicht mit Helena allein? Das muss man ihm lassen. Er ist vorbereitet. Wie gesagt, er stirbt nicht. Ich hatte gehofft, sie übertreiben. Leider nicht. Trotzdem sollten wir es ihm nicht zu leicht machen. Und zwar. Du musst das wieder gehen. Cool. Sehr cool. Sehr cool. Lass ihn! Geht gut. So gut ist wie du sagst, schafft er es. Okay? Das stimmt. Vereilen wir uns. Das stimmt. Er ist so cool. Alle wollen immer nur noch. Leon ist aber auch echt, also... Mein Gott. Für den würde ich sogar meine Regel brechen, dass mein Männchen schwarze Haare haben muss. Eigentlich sind dunkle Haare und helle Augen. Geil. 1A-Kombi. Aber der würde ich gegebenenfalls echt eine Ausnahme machen würden. Cooler Typ. 1A. So, ab in die Röner. Gleich mal weggehen, sonst werde ich wieder angesprungen. Sehr schön. Halt, stopp. Boah, das ist nicht was kaputt nochmal? Hast du eigentlich auch so ne Waffe? Wie kann das sein, dass ich keine Pistole-Munition aufheben kann? Hast du auch so ne Waffe? Was habe ich denn schon wieder zu viel? Aha. Die ist voll cool. Ich glaube, die ist mein Favorit von allen. Aha. Damit schießt du ja auch die ganze Zeit. Ich hab so viele Patronen damit. Das ist unglaublich. Die rüsten uns ganz schön aus. Irgendwas passiert hier gleich. Ja, das ist nie gut, wenn man so viel Munition auf einmal kriegt. Und wieder ein Kraut, das ich nicht nehmen kann. So, was schmeiße ich dafür weg? Brauchen wir Blendgranaten? Weiß ich nicht. Möglich? Was ist wenn? Was wäre wenn? Aber ich glaube, diese ferngezündeten Sprengsätze, da habe ich eh keine Zeit für. Die schmeiße ich weg. Oder schmeiße ich doch die Blendgranaten weg? Ich habe Explosivgeschosse und ich weiß nicht warum. Ich habe nämlich keine Waffe dazu. Explosivgeschosse? Warte mal. Diese 40 mm Explosivgeschosse, die kannst du mit dem, äh, mit der Maschinenpistole benutzen, wenn du die Munition wechselst mit Dreieck. Ah, verstehe. Ich wollte es nur erklären. Ich kann also Munition ändern. Oh ja. Das wusste ich nicht. Cool. Mhm. Habe ich auch vorhin das rausgefunden. Es wird einen Partner gesucht. Nein. Da wird nichts gesucht. Na gut, dann los. Sie guckt sich ein Foto von Leon. Nein, sie macht sich Sorgen um Leon. Das ist wegen Simmons, oder? Es kommt schon alles in Ordnung. Oh nein, sie hinterfragt die Loyalität ihres Chefes. Ich spüre dieses Ding, ehrlich. Ich habe so viel Munition nicht reingeballert. Das war ein Pfeil. Das ist ADA. Also in der ADA-Kampagne wird es ja dann zum Problem. Aber da ich ADA bin. did da ist das W encahört, das war ein Sp Est. � faith von Ihnen. Ich habe jetzt dafür gehört das W Spark. Das ist Stoppnut類. Ich greB mit dem Bericht. Dad auf den Kopf da. Das ist sicher ссыл leve. Das wäre ja ins das Knight to Unebenheit. Ja!